Es gibt keine Bilder vom Angriff der algerischen Armee auf die Gasförderanlage in Inamenas. Aber dass er in einem Blutbad endete, scheint zu stimmen. Dutzende tote Geiseln und tote Geiselnehmer. Diese erschütternde Bilanz meldet die mauretanische Agentur ANI. Sie ist die einzige Quelle, ihre Angaben sind nicht überprüfbar, ihre Informationen bekommt sie angeblich von den Terroristen selbst. Was sich hier wirklich abspielte, bleibt unklar. Sicher ist nur, einige Geiseln konnten fliehen oder befreit werden. Darunter auch an ihre, dessen Sohn am Nachmittag davon erfuhr. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. Ich war ganz aufgeregt und bin jedem um den Hals gefallen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Im algerischen Fernsehen zeigen die Nachrichten nur Material aus dem Archiv. Die Informationspolitik der Regierung ist so undurchsichtig wie ihre katastrophale Taktik rund um das Geiseldrama in der Wüste. Er soll das Terrorkommando anführen, Mokhtar Belmokhtar. In Afghanistan Anfang der 90er Jahre ausgebildet, ist der Radikale seit Jahren einer der meistgesuchten Terroristen in der Region. Er will die Franzosen so zum Rückzug aus Mali zwingen. Es besteht meines Erachtens kein Zweifel daran, dass dieser Angriff auf die Gasförderanlage, die Geiselnahme, veranlasst war durch die französische Intervention. Da sich viele dschihadistische Kämpfer jetzt aus Nordmali in die Umgebung absetzen werden, ist auch damit zu rechnen, dass die Gewalt in den Nachbarländern Malis zunimmt. Zum Einsatz in Mali aber gibt es für die internationale Staatengemeinschaft keine Alternative. In Brüssel hatten die EU-Außenminister deshalb gerade beschlossen, das Militär in Mali mit einer Ausbildungsmission zu unterstützen, als sie von der Eskalation in Algerien erfuhren. Diese Terroristen, das sind keine Freiheitskämpfer, es sind brutale Kriminelle, die auch vor der Tötung von Unschuldigen, vor der Ermordung von Unschuldigen keinen Halt machen. Auch Franzosen und Briten sollen unter den Geiseln in der Anlage sein. Entsprechend besorgt zeigten sich die beiden Nationen am Abend. Ich wende mich an Sie in einem Moment außergewöhnlicher Intensität. Der Befreiungsversuch scheint unter dramatischen Umständen zu verlaufen. Es ist eine sehr gefährliche, unsichere, eine Situation mit offenem Ende. Ich glaube, wir müssen uns auf sehr schlechte Nachrichten vorbereiten. Am Ende dieses Tages ist nur eines klar, dass die Lage in In-Amenas weiter unklar ist.